Komm mal rum! Nee. Guck mal hier! Ein bisschen. Was ist mit dir denn los? Du brauchst einen Arzt? Du bist aber zu schnell, dafür musst du langsam schleichen. Ach, fickt euch doch alle ins Knie! Jetzt schon? Wie doch? Das ist viel zu hell. Was ist zu hell? Das blaue hier. Das kommt vom Schwarzlicht. Ja, das kommt vom Schwarzlicht. Mach mal eine aus. Da muss ich mich angucken, ne? Nee, das hat nix. Der Nebel hält ja. So. Jetzt drehst du dich zur blauen Lampe. Jetzt gehst du zwei Schritte nach hinten. Eins, zwei... Jetzt laufst du einmal durchs Bild durch. Und schau. Das ist so... Nee, irgendwie nicht. Also das ist gut auf jeden Fall. Warte mal. Ich mach das mal ein bisschen weniger. Pass mal auf. Ich würde gar nicht so viel vom Fußboden machen. Mitlaufen. Mitlaufen oder sowas. Wie willst du denn die mitlaufen? Quasi so... Von hier nach links oder was? Irgendwie sowas. Im Einkaufswagen ganz vorsichtig zur Seite schieben. Wie ist denn die mitlaufen? Das ist fast noch zu schnell. Ja. Mach das nochmal, aber langsamer. Wirklich mal so. Einmal so durchgleiten, ja, ja. Ja. Hast du keinen Schlüssel? Ne, hab ich jetzt schon weggefahren. Bis Montag. Okay, Nebel. Okay, laufen. Geil! Gut? Ja! Man sieht nur deinen Kopf, das weißt du schon. Wenn du die Arme bewegst, sieht man das. Ja, jetzt ist es weg. Das war auch nicht schlecht gerade. Action! Da sieht man gar kein Gesicht. Man sieht in der Maske überhaupt kein Gesicht, sondern... Was war dein Gesicht? Weiß ich nicht. Sollen wir das mal probieren? Mami! Mach's doch mal. Kommt mal nur so rein. Ohne zu winken. Und nicht den Kopf schief halten, sondern gerade halten. Geh mal rein, dreh dich um und geh wieder raus. Vielleicht kann man das mit mir schneiden. Nebel! Monster! Und mehr Nebel hatten wir nicht? Nein! Nein! Und Action! Action, Ian! Action! Das war gut! Das war gut! Naja gut, wir können ja bis dahin schneiden, wenn sie genau den Boden... Warum kann ich kein Bier hier abstellen? Wieso? Klumpfen! Ah! Wir sollten den Geniswagen hier nehmen, ja? Der reduziert nicht so. Der ist das für Rollen. Wir brauchen noch was. Hast du die Röhre an der Dreier? Das war ganz nett. Wir brauchen noch was. Und das ist der Einzelnen zusammen! Wir brauchen noch nicht mehr einen. Jetzt brauchen Sie die Röhre an... Das war kein Laufen, Fräulein! Was heißt denn? Das war doch schon gut. Ja, nur der Schatten ist scheiße am Schluss. Wenn sie zum Licht läuft, ne? Ne, Fräunchen. Ja, wir können jetzt schlafen, wenn ihr wollt. Rein auf dem Weg, genau. Heizen. Warte, ich muss eben einschalten hier. Ach, die nimmt die ganze Zeit auf. Das muss aber ein bisschen schneller gehen. Findest du? Ja, ich finde das schneller. Viel besser. Nebel. Und Monster. Gut. Rumpelklöter. Rumpelklöter. Chin, chin. Hey, Moment. Was? Ja. Ja. Das ist doch geil. Jetzt musst du den nur schneller machen. Verst. Ja. Ja. So. Ja. Ja. Kann. Das ist doch geil. Hast du Fifopf? st? Nein, ich denke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020